UNSC Infinity on. UNSC Infinity. Kürze, Superträger, Besatzung 7150. Nicht gefunden. Nahfeldumgebung scan. 1986 UNSC-Kennungen. Status. Verstoppen. Der Master Chief lebt? Patriarchs versicherte, er sei tot. Ist das kein Grund für Zaum? Nein. Ich bin von eurer Kraft durchsträumt. Du versprachst uns Rache. Vorherrschaft. Erweiterung. Er gefährdet das alles. Stellst du mich etwa in Frage? Patriarchs Vision. Patriarchs ist tot. Seinetwegen sitzen wir hier fest. Wir werden nie wieder zu Kreuze gründen. Nicht vor der Allianz. Den Propheten. Vor ihr. Dieser Ring wird in Stand gesetzt. Bitte. Dann habt ihr eure Rache. Schwertträger. Schwertträger. Folge dem Spartan. Unbemerkt. Ich will alles über ihn wissen. Ja, nicht uninteressant, aber nicht die Story, die man hören will. Verbindung zur Panzerung angefragt. Annehmen. Verschlüsselte Nachricht. Lesen. Entschlüsselungsvorgang. Entschlüsselung unmöglich. Ursprung lokalisieren. Triangulierung läuft. Triangulierung läuft. Das war's, oder Chief? Wenn wir noch länger hierbleiben, kommen Sie zurück. Sie werden uns finden und töten. Wornach suchen Sie da? Übereinstimmung. Signal lokalisiert. Wegpunkt geladen. Da ist nichts. Sie suchen an der falschen Stelle. Wir müssen nach Hause. Wegpunktanzeigen. Bitte Umgehung der manuellen Steuerung. Tu es. Protopilot aktiviert. Halt, was? Ist das Ihr Ernst? Was wollen wir da unten? Die Verbanden wollen uns auslöschen. Uns alle. Ja, und? Sollen wir sie etwa allein aufhalten? Ich sag dir doch. Es ist aus. Wir brauchen Hilfe. Keine Heldentaten. Nein. Wir tun unsere Pflicht. Die Menschheit schützen. Um jeden Preis. Ich kann nicht der Einzige sein. Triff in die Atmosphäre. Autopilot schaltet ab. Wir haben eine neue Mission. Welche? Was ist da unten? Eine Waffe. Eine Waffe? Wie viele Knarren brauchen Sie? Was ist los mit Ihnen? Ich nehme die wieder in Sporten mit. Das ist eine furchtbare Idee. Die kommen uns holen. Sie alle. Das muss der Riss im Halo sein. Das ist okay. Das ist cool. Gibt es hier irgendetwas? Nicht so wirklich. So einen kaputten Ring hatte man auch noch nie. Die sind nicht so wirklich. Das ist der Riss im Halo. Ich habe den Rissen. Sie lege etwas Angst. Das ist ein dent. Die Riss im Halo. Ich hoffe echt, dass man auf dem Ring noch mehr Charaktere findet. Die haben so viele coole Charaktere eingeführt in 4 und 5. Noch mehr Einheiten. Ihre Waffe scheint was wert zu sein. Dieser Ort sieht aus, als würde er sterben. Sich irgendwie ans Leben klammern. Wie kann das sein? Jeder Ring ist anders. Ich sehe einen Zugang in der Wand vor mir. Reingehen, Waffe finden, dann können wir weg. Stimmt's? Ich bin deiner Knie. Alter. Kack, waffe er hat der. Gut doch. Passen Sie auf. Da kommen noch mehr. Sie haben die vorhin echt sauer gemacht. Oh, Wächter. Ja, die haben hier ein bisschen was zu reparieren. Ich fass es nicht. Es ist wunderschön. Und kaputt. Wirklich. Wirklich kaputt. Ich muss weiter. Hier sind verwandte Schiffe. Überall. Sieht schon cool aus. Das ist. Nein. 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 Das war knapp. Der Grunt? Aua. Das war knapp. Man könnte ja was übersehen hier. Ist hier nix. Das sieht nicht so aus. Wenn du wüsstest, wie du sterbst. Alle so positiv hier. Das war knapp. Das sieht schon cool aus. Irgendwo da oben auf der Kante hätte Bungie einen Schädel versteckt. Ich sag nur Halo 3. Das errettet mich auch ziemlich daran. Die Knarre ist gar nicht so schlecht. 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 dumme frage woher wissen sie dass das keine falle ist tue ich nicht ich hoffe nur ihre waffe ist dieses risiko wert mehrere feindliche schiffe auf dem weg hierher zu viele uns läuft die zeit muss man immer alle helos kaputt machen ganze sechs monate wo waren sie was passiert wo ist cortana die abtrünnige k.i.cortana ist fort sie wurde gelöscht wie von dir natürlich nicht haben sie sich den kopf gestoßen wissen sie noch meine aufgabe war das betreten der installation imitieren cortanas und sie bis zur bergung einzusperren und sie sollten sie zur löschung auf die infinity bringen wenn sie es nicht waren na gut und noch etwas nach erfolgreichem einsatz sollte eigentlich meine löschroutine ablaufen ich bin doch hier gut gut mein programm hat versagt ich sollte nicht hier sein sie müssen mich löschen nein nein ich wurde für genau einen zweck erschaffen und dieser ist obsolet meine mission ist vorbei es gibt eine neue die verbanden wollen diesen ring einsetzen das müssen wir verhindern erstens was sind die verbanden zweitens haben sie vielleicht bemerkt dass ein erheblicher teil dieser installation beschädigt ist ein einsatz ist unmöglich und drittens sie bräuchten dafür ein aktivierungs index cortana hatte den index ich hatte auch teile davon etwas hat eine löschung verhindert wir müssen wissen warum aber das war nicht die mission missionen ändern sich immer sind sie sicher und ich befürchte wirklich die interessantere geschichte kriegen wir nur nacherzählt hast du das nein meine entfernung hat eine reaktion des rings ausgelöst sie müssen das verstehen es bleibt nicht viel zeit wenn du wüsstest wie du stirbst was würdest du dann an deinem leben verändern diese stimme das ist kautana nein das ist sie nicht nur staub und echos was sagst du da wieso bloß datenteile die zirkulieren bis in die energie ausgeht überall um uns aha heute wurde ich als gefreinlose maschine sie haben die gesichter gesehen 75 gesunde probanden handverlesen perfekt für das programm wir werden nicht alle überleben ich weiß das und habe mich damit abgefunden größtenteils bei einem probanden hoffe ich persönlich darauf dass er das alles übersteht er ist hervorragend für das bevorstehende geeignet ja das baden zwei programm war ich finde das gut dass er die deutsche stimmen gleich geblieben sind da vorne ist irgendwas ich spüre wie es nach mir ruft jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr der kreise ein paar wächter rum das sind die verbanden bestätigt die riechen ja noch schlimmer als ich dachte du kannst sie riechen sensoren in ihrer rüstung riechen und ich analysiere die daten sie riechen übrigens gut das bezweifle ich irgendwie nach sechs monaten im weltraum ohne die panzerung einmal ausgezogen zu haben muss der chief und ich mal auf klo ich frag nur nur eine waffe man muss ja irgendwann was sammelbares finden hier dort da drüben das ist die quelle die brücke ist aus ja das stimmt vielleicht gibt es hier was um sie zu aktivieren sie werden dir eine andere k.i. geben vielleicht ein anderes cortana modell wenn hort sie es zulässt das werde nicht ich sein das weißt du oder ist es sicher glaube schon ja ist es ich weiß nicht wieso ich weiß nicht wie aber das bin ich der letzte teil der gelöscht wurde lassen sie sie sind hier weil sie auserwählt wurden unsere feinde werden mit jedem tag klüger und zahlreicher was ich ihnen jetzt zeige wird helfen das blatt zu wenden ich arbeite daran die strategischen möglichkeiten einer schiffs k.i. auf schlachtfeld zu bringen sind sie bereit ja dr hausse anders als alte k.i. modelle sitzt sie zwischen ihrem verstand und dem anzug mit direktem kontakt zu ihrer neuralen schnittstelle sie ist wie ein zweites paar augen das ihre reaktionen unterstützt sowie ihre aufklärungsmaßnahmen sie hat keine kontrolle kann aber die chancen ausgleichen wie soll ich sie nennen fragen sie sie das hat sie selbst entschieden hallo master chief ich bin cortana gemeinsam sind sie unsere neue hoffnung gemeinsam sind sie der schlüssel zum überleben der menschheit sie wird alles tun was nötig ist um den erfolg ihrer mission zu gewährleisten sogar wenn sie sich dafür selbst opfern muss oder sie was ist passiert ich habe es berührt und war das real es sind nur daten es ist einfach da ansammlungen rekursiven codes das hier dagegen ist das gerüst mit dem ich cortana einfing es enthält eine kopie des aktivierungs index zumindest fragmente davon was sollen wir damit tun brauchen wir ihn naja nachdem was sie mir bisher erzählt haben ist die wichtigere frage tun die verbanden das zu was das war krass gehen wir habe ich eigentlich einen denkfehler wenn ich in erinnerung habe dass das noble team cortana zum schief gebracht hat meint ja nur habe ich was verpasst eine datei wurde entsperrt aber ich habe keinen zugriff wir brauchen einen weg hier raus ok mal sehen in der nähe ist ein durchbruch sollte zur oberfläche führen nur ein moment dann aktiviere ich diese brücke schick schick wir haben gesellschaft schief treffen sie mich am sockel da vorne überraschung bist du dran ok ich habe mehr überrascht da habt ihr was zurück die ärmsten schweine in der ganzen halo geschichte sind grunts er hatte seine chance ich habe der die 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 Nichts sammelbares hier, ne? Wow, das ging schnell. Sie scheinen nicht gerne zu trödeln, was? Nein. Ist notiert. Dann los. Das ist ja klappt. Das ist ja klappt. K-9! Fogel! Ich bin jetzt hier! Ich bin jetzt hier! Oh, oh! Oh, hey! Ich bin jetzt hier! Kaputt. Hier irgendwas versteckt. Hat er Menschenwaffe getragen? Geil. Aua. Nichts Sammelbares. Huch, ne Batterie, wie unerwartet. Dieses Objekt, es speist den Ring mit Energie. Ein sogenannter Energiekern. Ja, wie bei Zelda. Ich hab das Rätsel im Labyrinth gelöst. Ah. Hm, naja gut. Okay. Fehlt sowas bei der Entwicklung nicht auf? Oder war das beabsichtigt? Die Hungrigen endlich gut genährt. Was mir gerade einfällt, wehe, die bringen ein DDC raus mit allem, was vorher passiert ist. Chief, halt! Wie ist... Ist das ein Spaten? Finden wir raus, was passiert ist. Sie hatte ein verbessertes Schildmodul. Mal sehen, was ich herausfinde. Datenladen. Das ist Barton Bonita Stone. Aufklärerin. Seit fast einem Monat keine Vitalzeichen mehr. Todesursache war ein Partikelschwert, aber... Anders. Stärker. Auf einen Schlag. Sie hat es kalt erwischt. Hm, Schnüff. Oh, nein! Genau. Richtig erkannt. Wir sind da. Der Aufzug sollte uns an die Oberfläche bringen. Man, früher hat ein Sniper damit ausgereicht. Ausgereicht. Schuss aufgehend! Schuss aufgehend! Red Tor! Komm weg! Leben! Geht weg! Da oben! Weg hier! Hallo? Hakt es bei dir? So, weg ist er. Ich hab Hunger! Menschen greifen an! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Selber schuld! Ich hab nicht gesagt, komm her! Scheiße! Ja! Kleiner Zwerg! Ah! Ja! Ah! 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 Aber stirbt der auch mal? Oh Mann, ey. Das bin ich auszuhalten, ey. Wir schon wieder. Früher. Der Kern fehlt leider. Ist das hier ein interessanter Gegenstand oder warum sagt er mir das? Wenn ja, dann finde ich die einfach nicht. Warum finde ich die nicht? Hier ist bestimmt was versteckt, aber ich bin zu doof. Der Haken macht echt Spaß. Und die Dinger reden. Eine Menge. Die haben hier Menschen. Die haben Grunts. Schakale. Eliten. Irgendwie... Sieht aus wie ein frisches Archiv. Das sollte reichen. Gehen wir zurück zum Aufzug. Sieht nicht so aus, als wäre da unten irgendwas. Aktivieren wir das Dock. Nicht von den Blutsvätern. Das waren die Verbanden. Kannst du's bedienen? Sogar im Schlaf. Nicht, dass ich je schlafe, aber... Oh, gar nicht nötig. Er ist schon unterwegs nach unten. Feine. Aber... Wenn es Freunde sind... Ist es nicht. Asherums Befehl lautet, dass du zu ihm geschafft werden sollst. Er hat nicht erwähnt, in wie vielen Stücken. Oh, mein Bossgegner. Okay. Er... Er macht Wumms... Wumms ausweichen. Ein Mensch. Schwach. Dumm. Nett. Nett schwierig. Ich bring dir Schmerz. Bring mal. Dein Vermächtnis. Abschritte. Das ist nix. Ich hab echt scheiß Waffen. Okay. Auch gegen Schilde ist die Knarre echt scheiße. Haben wir was besseres hier? Blut. 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 Glaubst du, ich fürchte dich, Mensch? Yep. Blut. h Buch. Blut. Verflucht. Blut. 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 donut. Waaaaaahhh. Sie hatten recht. Er war feindselig. So wie er aussieht, war er eine Art Anführer. Sie nannten ihn Dremonius. Hat sich erledigt. Das ist schon fast komisch. Im Anflug. Wiederhole. Mehrere Verbandenschiffe nähern sich ihrer Position. Die haben sie im Visier. Sierra 117. Verstanden. Ich hab versucht, sie zu erreichen. Sie waren weg. Ich dachte schon, ich wäre... Okay. Hab ihre Position. Bin unterwegs. Bereit machen.